Stell dir vor, du bist in der Uni oder am Arbeitsplatz und du fühlst dich richtig wohl in deiner Haut. Ein paar Meter vor dir unterhält sich gerade diese wunderschöne Frau, mit der du dich noch nicht getraut hast zu reden, mit jemand anderem. Und wie immer ist sie so verdammt schön. Aber heute ist alles anders. Heute fühlst du dich wohl in deiner Haut. Irgendetwas hat sich an dir verändert. Du fühlst dich so wohl, dass es dir egal ist, dass im selben Raum 50 andere Menschen sind. Und du schickst eine kleine Briefbotschaft, wie damals an der Schule auf solchen kleinen Zettelchen, direkt an sie. Da drauf steht, wollen wir mal zusammen etwas trinken gehen? Und sie lächelt und lacht und schaut zu dir und sagt ja. Und dann geht ihr zusammen aus. Kannst du dir nicht vorstellen, dass das möglich ist, oder? Aber du bist nicht der einzige schüchterne Mann, der an sich gezweifelt hat. Verdammt, ich hätte mich das früher auch nicht getraut. Und dann habe ich etwas gelernt. Ich habe gelernt, dass es keinen Unterschied zwischen mir und diesen ganzen coolen Typen gibt. Psst, die nicht wirklich cool sind. Denn ich habe herausgefunden, wie krass andere Männer an sich zweifeln. Auch die vermeintlich selbstbewussten. Und glaub mir, ich coache Männer seit über zehn Jahren. Jeder hat diese Zweifel. Die Wahrheit ist, jeder kann es. Jeder kann es lernen. Ja, auch du Mann. Besonders du. Und du hast es höchstwahrscheinlich auch verdient. So krass, wie du dich für andere schon ins Zeug gelegt hast. Bin mir sicher, du hast schon einiges getan, um deine Loyalität und dein Vertrauen für die Menschen, die dir etwas bedeuten, zu beweisen. Oder irre ich mich. Auf dich ist Verlass. Stimmt's? Das ist ein Wert, auf den du stolz sein kannst. Das ist etwas, was du mit stolzer Brust nach außen tragen kannst. Und ich sage dir jetzt, wie das für dich punkten wird. Denn vertrau mir. Du kannst es auch. Diese Frau, diese Freundin, die du dir wünschst, diese Partnerin auf Augenhöhe, die ist nicht so weit weg, wie du denkst. Ich sehe es bei uns, bei unseren Teilnehmern, jeden Tag, wie Männer sich Träume erfüllen. Und dieser Mut, mit dem du geboren wurdest, du weißt ganz genau, den hattest du als Kind. So was geht nicht weg. So was ist ein Teil von dir. Er liegt begraben, aber er ist da. Auch jetzt noch. Ach so, ich bin an die Friday und ich coache Männer mit Herz dazu, die Frau zu erobern, in die sie verliebt sind. Und ich habe so über 100 Paare zusammengebracht. So zum Beispiel auch Attila, der mit 41 Jahren, oder war es 42 Jahre, auf jeden Fall in seinen 40ern zu uns kam und noch Jungfrau war. Ich war vor dem Coaching noch nie mit einer Frau zusammen. Und hatte dann im Juni eine wunderbare Frau kennengelernt, gebildet, attraktiv, mit der ich noch mein erstes Mal hatte. So, wie ich es mir immer vorgestellt hatte als Mann. Alles, was Attila gefehlt hat, war Selbstvertrauen. Und ich zeige dir jetzt, wie du es wieder bekommst. Es gibt keinen Grund, wieso du es dir nicht wieder nimmst. Es ist deins. Es gehört dir. Die Story, die ich dir vorhin erzählt habe. Das hat Fabian nach vier Wochen in unserem Programm geschafft. Ja? Was glaubst du, wie viel Angst er davor hatte? In der Uni, während einer Vorlesung, vor allen Mitkommilitonen. Aber schau selbst. Gestern war ein cooler Tag. So an der Uni, eine Frau, die ist so zwei Reihen unter mir. So einen leeren Coffee-to-go-Becher bei mir gehabt. Hab den Becher genommen. Hab draufgeschrieben, ob sie Lust hat, mit mir Kaffee trinken zu gehen. Hab den runtergereicht oder reichen lassen. Sie hat ihn mega lustig gefunden. Sind dann tatsächlich noch auf einen Kaffee gegangen. Da ist lustig, da ist tiefige Gespräche gehabt. Und sie hat mir dann die Nummer gegeben. Krass, oder? Ich feiere solche Erfolge super gerne. Und wie du siehst, war das für ihn mittlerweile gar nicht mehr so etwas Besonderes. Weil er gelernt hat, wie das zu einem natürlichen Teil seiner Fertigkeiten und seiner Ausstrahlung geworden ist. Nach vier Wochen im Coaching, glaubst du, da wird sich bei dir nichts verändern? Selbstzweifel. Selbstzweifel haben keinen Platz in deinem Herzen verdient. Es gibt keinen Grund, warum du diese Selbstzweifel noch hast. Du mit all deinen Werten brauchst sie nicht haben. Trau dich. Und stell dir vor, wie gut du dich danach fühlen wirst. Immer stolzer und stolzer in deiner eigenen Brust. Weil du weißt, du bist ein Mann, der diese Freiheit lebt und zu sich steht, sexuelles Interesse zeigen kann, erwecken kann und diese Freundin auch erobern kann. Wir arbeiten ja jeden Tag mit Männern wie dir. Ich war selber einmal einer davon. Sobald es einmal Klick gemacht hat, hast du keine Probleme mehr mit Frauen zu sprechen. Männer wie wir, wir wissen noch ganz genau, was wir wollen. Wir wollen nicht einfach nur die nächstbeste rumkriegen. Wir wollen nicht ganz viele Frauen haben. Ja, vielleicht willst du ein bisschen mehr Erfahrungen sammeln. Klar, vielleicht willst du die richtige finden. Aber wir wollen alle eins. Eine tiefe Verbindung. Einfach etwas Echtes. Ich gebe dir einen Tipp, der wird dir gefallen. Wenn du das nächste Mal mit einer Frau sprichst und sie etwas Cleveres oder Lustiges sagt, belohne sie. Tiefe Gespräche sind sowieso viel interessanter als Smalltalk. Also für ein tiefgründiges Gespräch. Hier oben siehst du eine Playlist. Die habe ich dir zusammengestellt, wie du in 60 Sekunden zu so einer tiefgründigen Unterhaltung kommst. Ja, in 60 Sekunden. Also unterhalte dich mit ihr. Bring sie zum Lachen. Gehe in die Tiefe ganz locker, ganz unverfangen. Und wenn du ihr eine Frage gestellt hast über ihre Persönlichkeit, über sich selber und sie dir eine interessante Antwort gibt, dann entgegne, hm, gute Antwort. Gefällt mir. Hier, hier ist mein Handy. Tipp mal deine Nummer ein. Pullt zurück. Schaust dir nochmal an. Es ist nichts Wildes. Es steckt alles schon längst in dir. Das sind Worte in der deutschen Sprache, die du sprechen kannst. Wie kannst du jetzt gerade zu Hause, wo auch immer du sitzt, kannst du sie aussprechen? Es gibt keinen Grund, warum du das nicht auch vor ihr aussprechen kannst. Wie gesagt, Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen kriegst du nicht mit noch mehr Tipps. Du hast eh schon genügend Tipps bekommen. Du bist total übersaturiert mit Tipps und Informationen und Ratgebern und Videos. Jetzt ist Handeln gefragt, mein Lieber. Jetzt darfst du das auch erleben und nicht nur im Internet anschauen. Trag dich ein bei uns für deine kostenlose Karismanalyse. Aber sei dir bewusst, dass du für dieses neue Du kämpfen wirst. Das erfordert Arbeit. Aber wenn du bereit bist und du keinen Bock mehr hast auf diese Einsamkeit nachts, dann helfe ich dir. In der Beschreibung oder hier ist der Link für deine kostenlose Analyse. Und dort holen wir dir dein Charisma wieder heraus. So wie bei all diesen Männern. Du hast die Wahl. Du hast nichts zu verlieren. Mach wortwörtlich, was du willst. Aber unterstreiche, was du willst. Nicht das, was deine Angst dir sagt. Auf die hast du schon viel zu lange gehört.